Leute, wir werden heute um drei Uhr nachts diesen Wednesday-Adams-Film schauen! Du musst es dir unbedingt angucken! Ja, Mann! Blick da unten drauf, Mann! Heaven! Heaven! Ich hab keiner! Heaven! Die Hand ist so stark! Heaven! 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 Hast du sie, Cayman! Herzlich Willkommen bei WasWir! Astrid Flex, tut er nimm doch was! Wir haben hier das einzige älter Hätte! Cayman, ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Halt durch! Halt durch! Halt durch, Cayman! Cayman hat alles unter Kontrolle! Lass mal jetzt für Cayman ein Like da! Aber für solche Fälle hab ich immer was vorbereitet! Und zwar der Hans-Klass! Schaut euch das an! Und ihr müsst euch vorstellen, das Händchen kommt jetzt hier rein! Oben wird alles zugemacht! Und dann ist dieses eiskalte Händchen für immer eingesperrt! Cayman, ich komme! Cayman, Cayman! Schau, Mann! Ich hab ne Händchen-Klass, Mann! Du musst es nur hier reinmachen! Cayman! 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 Cayman, ich hör deine Hand! Cayman! 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 Cousin! Halt zu! Oh mein Gott! Süres! Ich hol Klebestreifen! Halt zu! Halt zu! Wir muss es zu machen! Sehr klar! Jaaa! Oh mein Gott, es ist zu! Freunde, lassen jetzt mal einen fetten Like dafür, diese Quats-Aktion! Warte, guck mal! Wir haben das eiskalte Händchen! Es war im Haupt88, wir haben es jetzt im Knast! Es ist ein gesperrt, Man! Wir haben jetzt das eiskalte Händchen von Wednesday Addams im Knast. Ihr seht es hier, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und mit diesem Händchen haben wir jetzt alle Möglichkeiten, die wir wollen. Wir können Wednesday Addams herlocken, wir können sie erpressen. Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Wir haben Wednesday Addams in der Hand. Komm, der war nicht schlecht. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben das eiskalte Händchen. Was machen wir daraus? Wir müssen uns eine gute Idee überlegen. Falls ihr eine Idee habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Was können wir mit dem Händchen und Wednesday jetzt anfangen? Wir könnten Wednesday Addams herlocken. Wir könnten sagen, Wednesday Addams, hey wir haben das Händchen. Willst du es haben? Dann komm, wir holen mal. Dann können wir irgendwas mit dir anstellen. Irgendwas. Was können wir mit dir anstellen? Wir könnten auch ein Bild machen. Früher haben wir mit den Gegnern von uns beim Grinch's Herz zum Beispiel rausgegessen. Wir könnten Wednesday Addams Herz rausreißen. Was hältst du davon? Wie beim Grinch damals. Wird schwierig, weil ich glaube, Wednesday Addams Herz ist schwarz. Stimmt, der hat gar kein Herz. Ja. Oder kann uns also die Maske abziehen? Du weißt ja, Addams Maske abziehen. Hey, das hört sich nicht gut an. Moment mal, lass mich überlegen. Passend dazu gibt es doch ein Stichwort, das ihr jetzt in die Kommentare schreiben könnt. Maske, ganz einfach. Schreibt jetzt alle mal Maske in die Kommentare. Und jeder, der jetzt zuschaut, lasst mal jetzt ein Like da und schreibt wirklich Maske ein. Oh, 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 was? Was ist das? Die Hand. Die, die findet die Idee. Die gar nicht so gut, Mann. Hör auf, Mann. Das heißt, wenn die Hand sich nicht gut findet, finden wir es umso besser. Das heißt, mit der Hand können wir Wednesday hierher locken. Dann werden wir sie überfallen, sozusagen. Und dann werden wir Wednesday Addams die Maske abziehen. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Schaltet sie nicht ab. Überspringt nicht. Es wird noch krass. Weißt du was? Wir filmen jetzt einfach hier das eiskalte Händchen. Als Beweis. Als Beweis. Dann weiß sie, dass wir hier Händchen haben. Und dann wird sie so oder so automatisch hierher kommen. Passt auf, Freunde. Schaltet auf keinen Fall ab. Wednesday Addams, wir haben dein eiskaltes Händchen in den Knast gesteckt. Wenn du es wieder haben willst, musst du jetzt ins Kevin und Flexi Hauptquartier kommen. Und dann kannst du es dir abholen. Wir werden es dir wieder schenken. Aber dafür musst du hierher kommen. Solltest du innerhalb einer Stunde nicht da sein. Oh, ich weiß nicht, was mit dem eiskalten Händchen alles dann passiert. Also, Wednesday, ich würde mich an deiner Stelle mal beeilen. Cut, Flexi, Mann. Perfekt. Boah, das haben wir so gut. Was ist denn? Kevin, wirklich war das gut. Kauft sie mir das ab? Die kauft uns das wirklich ab, Mann. Leute, so böse war ich schon lange nicht mehr. Aber das ist alles dafür, dass Wednesday Addams auch wirklich hierher kommt. Flexi, Mann. War es real? War es real live? Leute, das war super real. Das schicken wir ihr jetzt per WhatsApp. Was hältst du davon? Hier ist das Video, Mann. Ey, guck dir das mal an, Flexi, wie krass das ist. Oh mein Gott, wie böse bin ich da? Schaut euch das an. So bin ich nicht. Flexi ist immer lieb. Aber ich will Wednesday Addams, dass sie hierher kommt. Weißt du was? Ich schicke dir das, oder? Eine Falle stellen. Alter, das ist sie. Sie hat geschrieben, ich will mein Handy zurück und ich will sie sofort haben, Mann. Flexi, das Video hat es gebracht, es hat gezogen. Es stimmt, Mann. Sie kommt wirklich, kommt sie jetzt echt hierher? Ich habe geschrieben, dann komm her und komm alleine, Mann. Sie ist sogar herzlich willkommen ins Hauptgrattiv. Sie ist eingeladen. Aber sie soll alleine kommen, denn nur so haben wir eine Chance. Sie ist immer alleine. Hauptsache ohne Piranhas. Sie schreibt, sie ist in 20 Minuten da. Warte, warte, was ist wenn sie lügt? Was ist wenn sie vielleicht in 10 Minuten da ist? Oder in einer Stunde da ist? Wie können wir denn das überprüfen? Sie lügt doch sowieso. Keine Ahnung, wir warten jetzt erstmal ein bisschen und wenn nicht, haben wir immer noch die Drohne. Dann können wir sie mit der Drohne überwachen. Wir müssen die Drohne starten, damit wir sehen können, wann sie wirklich hierher kommt, dass wir unsere Falle aufbauen können. Du meinst, sie könnte doch in 5 Minuten hier sein, deswegen müssen wir unsere Hauptquartier... Ja, die 20 Minuten kann ja jeder schreiben, in 20 Minuten da. Sie sind eine Minute da. Du meinst, wir überwachen jetzt unser Bereich. Ja, 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 du hast recht. Es ist unser Überraschungsmoment. Leute, wir nehmen unsere neue Drohne und bewachen unser Hauptquartier. Unsere Gegend. Dann sehen wir ganz genau, wann wenn sie hier zur Türe reinkommt. Holen wir die Drohne. Hier ist jetzt unsere Drohne und die werden wir jetzt starten, damit wir Wednesday Adams beobachten können. Denn aus der Luft haben wir alle Möglichkeiten. Sie haben Vogelaugen, Geieraugen, Adelaugen. Falls Wednesday Adams lügt, wir wissen ganz genau, wann sie ins Hauptquartier kommt. Bist du ready, Flexi? Das Wetter ist perfekt, dann würde ich mal sagen. Starten wir sie richtig cool aus deiner Hand. Aus meiner Hand starten würde ich sagen. Sehr gerne, man. Geht das? Geht das? Geht das? Und... Und wir werden jetzt mit euch reingehen und dann werden wir Wednesday Adams überwachen. Irgendwann wird sie auf diesem Display erscheinen. Denk ich auch. So sieht unsere Hood von oben aus mit der Drohne gefilmt. Jetzt zeig ich euch mal, wo wir ein bisschen hier wohnen in der Nähe. So, das ist alles unsere Hood, man. Richtig krass. Direkt an der Autobahn. Ganz genau. Ungefähr hier wohnen wir und ungefähr wird sich irgendwann hoffentlich bald auch Wednesday zu uns veröffentlichen. Und ich flieg jetzt mal dahin, wo unsere Hood anfängt. Da gibt es nämlich wirklich eine Begrenzung. Da dürfen die einen Nachbarn nicht rein. Das ist wie so im Ghetto. Da dürfen nur die von der einen Seite rein und so. Und zwar ist es hier vorne. Ihr seht es. Ihr seht diesen orangenen Container. Da flieg ich hin. Ich glaub da. Und jetzt lasst alle nochmal einen Daumen nach oben da. Und schreibt Maske in die Kommentare. M-H-S-K-E. Weil heute wird es heute noch zum Höhepunkt kommen. Und hier beginnt nämlich unsere Hood. Diesen Weg folgen wir jetzt. Ihr seht es. Wir werden jetzt unsere ganze Hood abfliegen. Unser Ziel ist es, jetzt hier irgendwo Wednesday aufzuspüren, dass wir wissen, wann sie wirklich kommt. Sie hat zwar geschrieben, sie kommt in 20 Minuten. Aber können mir Wednesday glauben, sie könnte in einer Minute da sein oder in einer Stunde oder morgen. Und das Gute ist, es gibt nur diese zwei Straßen, die wir jetzt abfliegen. Ihr seht es. Wir fliegen jetzt hier rechts lang. Und wenn sie da nicht ist, dann ist sie auf der anderen Seite. Aber wir werden sie sofort sehen, wenn sie hierher kommt, Mann. Weil sie will ja zu uns, sie hat zu uns gesagt und geschrieben, sie kommt so hundertprozentig hierher und will das eiskalte Händchen zurück, das jetzt im Handknast ist. Wir fliegen jetzt mal über den Nachbar Klaus. Hier unten wohnt der Nachbar Klaus. Der Nachbar Klaus tratscht gerne. Der kennt alles in der Nachbarschaft. Wie man das ausweist. Das ist sein Haus. Und so macht er das auch. Gehen wir gleich. Wir fliegen einfach mal hier dran vorbei. Folgen wir der Straße. Das ist die zweite Straße. Und wie gesagt, wir haben wie immer nur vier Augen. Ihr habt tausende von Augen. Und ihr müsst uns helfen, falls wir Wednesday übersehen. Warte mal, hier. Was ist? Wow! Das ist sie! Was ist sie? Die ist schon in unserer Hood? Die ist schon in unserer Hood, Freunde, Mann. Was für 20 Minuten. Die hat gelogen, Mann. Das sind eine Minute von uns entfernt. Vier oder vier Minuten von uns entfernt. Alter, was hat die da? Die hat was in der Hand. Die hat einen Baseballschläger, oder? Die hat Kraft was aufgehoben. Alter, die hat einen Schlagstock, Mann. Teleskop, Schlagstock. Das ist doch verbunden. Kemen, Kemen, sie ist sauer, weil wir das eiskalt ihr Händchen gefangen haben. Alter. Und schau mal, wie die läuft. Sie versteckt sich nicht. Sie läuft zielgerade zu uns. Das ist unser Weg. Manchmal joggen wir dort. Aber ich weiß deshalb den Weg. Egal, ja. Kemen, jetzt hat sie unsere Drohne entdeckt. Egal, egal. Was macht sie? Ah, pass aus. Geh doch weiter weg. Ich will schon zurück, Mann. Bisschen zurück. Die will sich wieder kaputt machen. Unsere neue Drohne. Eben nicht. Warte, die redet uns. Was ist mit uns? Ja. Die zeigt doch uns. Ah, die hat gerade mit uns geredet. Sie sagt, wir kommen jetzt. Ich komme jetzt zu euch. Kommt. Die sagt, folgt mir. Die folgt mir, sagt die. Ja, aber sie weiß ja. Die sagt, folgt mir. Kommt doch runter. Wir wissen ja auch, wo sie hingeht. Und sie weiß auch, wo die Drohne hingeht. Nämlich zurück ins Haus passiert. Weißt du was richtig krasses? Sie läuft genau die richtige Straße entlang. Wenn sie da vorne ist. Die muss nur noch geradeaus laufen. Es ist nicht mehr weit, Mann. Es ist wirklich nicht mehr weit. Aber bitte, verfolge sie noch ein bisschen. Mann. Falls sie irgendwas vorhat. Mann, wie heftig ist es, Mann. Die läuft einfach auf offener Straße. Keine Angst vor uns. Sie weiß das, wie sie verfolgen. Und sie kommt zu uns. Bitte bleib aber drauf. Weil ich will mich nicht überraschen lassen. Ich weiß was das bedeutet. Sie will ihr eiskaltes Handy unbedingt zurück. Eva, warte auf. Die dreht sich um. Was sagt die? Die sagt, was? Die sagt, ich soll runterfahren? Die will fliegen. Runterfliegen? Warte, ich soll näher kommen. Näher soll ich fliegen. Soll ich näher fliegen? Näher, näher. Jetzt näher. Erst runter, jetzt näher. Bisschen, aber nicht zu. Bitte nicht zurück. Stopp, stopp. Alter. Was hat die in der Hand? Die will mit uns reden, weil die Drohne hat keinen Ton. Warte. Warte, warte. Abonniert jetzt noch den Kanal. Ey, da hat sie recht, man. Abonniert jetzt den Kanal. Man rennt weg. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Lucky hat es auch schon gemacht. Oh, super Lucky. Soll ich hier folgen? Natürlich. Warte. Sie rennt aber. Wir wissen ja, wo sie hinrennt. Wenn sie jetzt rennt, dann ist sie in 2-3-4 Minuten nach Masken. Davor ist sie normal gelaufen. Jetzt rennt sie. Wir wissen ja, wo sie hinrennt. Mit der Drohne haben wir mehr Chance. Nein, 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 nein. Wir sind schneller. Das heißt, wir fliegen die Drohne sofort zurück. Fliegen die Drohne zurück. Und wir bereiten uns hier vor. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten. Ja. Leute, man. Ich fliege die Drohne jetzt zurück, man. Und wenn die zurück ist, man, dann bereiten wir uns vor. Wir müssen. Auf geht's. Los. Hier ist die Drohne. Wir haben gesehen, Wednesday Adams befindet sich jetzt auf dem Weg. Und die hat irgendwas in der Hand, man. Deshalb bereiten wir uns jetzt auch vor. Sie sind 5 Minuten ungefähr da. Spätestens. Ja, das ist nicht mehr weit weg, wo die ist. Und das heißt, wir bereiten uns vor und lassen wir sie ins Hauptquartier reinkommen. Das heißt, wir zeigen euch jetzt, was wir alles vorbereiten, damit wir Wednesday Adams Maske absetzen können. Und deshalb gebt jetzt nochmal einen Daumen nach oben für dieses krasse Video. Bleibt auf jeden Fall dran. Und schreibt nochmal Maske in die Kommentare. Maske. Ganz wichtig. Jetzt müsst ihr wirklich alle Maske schreiben. Los. Und zwar werden wir Wednesday Adams auf diesem Stuhl festmachen. Sie setzt sich hin und wir kleben den Stuhl so, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Dann zeigen wir ihr das eiskalte Händchen, was wir eingesperrt haben. Und dann werden wir ihr die Maske abnehmen, Freunde. Ja, Maske abnehmen. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Lasst einen Daumen da. Es wird krass, Leute. Aber es geht weiter. Damit ihr uns nämlich verstecken könnt und sie kommen kann, machen wir die Tür auf, Mann. Der heißt nämlich Wednesday Adams. Herzlich willkommen in unserem Hauptquartier. Aber Flexi, man, lassen Sie jetzt keine Zeit verschwenden. Wir verstecken uns und dann schnappen wir sie. Hoffentlich kommt sie. Wir werden uns jetzt ganz genau hier um diese Ecke uns verstecken. Und wenn Wednesday Adams kommt, dann schnappen wir uns sie. Dann setzen wir sie auf den Stuhl, den ihr vorhin gesehen habt. Und dann werden wir die Maske abziehen. Deshalb hat Cayman auch diesen Müllsack, Mann. Den werden wir über Wednesday drüber machen. Dann kann sie sich nicht mehr bewegen und wir können sie packen. Das heißt, wir müssen so noch warten, bis sie kommt. Lasst ein Like dran. Sie ist aber gleich da. Oh, Flexi, was ist denn Cayman? Sie ist da. Sie ist da, Mann. Oh mein Gott, ihr müsst jetzt alle leise sein. Wednesday Adams ist da. Shhhh, shhhh. Cayman zu. Tschüss. St Business. Oh mein Gott, wir haben Wednesday Adams. Ja, Lacky, wir haben dies. Das Tanzverbot für dich. Nein, du tansst jetzt nicht mehr. Hier ist die Klee. Wir schneiden den Flexi. Genau, genau, genau. Oh mein Gott, Freunde, lasst mal einen fetten Like, der wir haben Waynes Day und so ein Flexi machen. Guckt sie dir an. Oh mein Gott, ich glaube, das reicht, Mann. Kann sie noch tanzen? Kann sie noch tanzen? Wie kann ich mehr tanzen? Freunde, sie kann nicht mehr tanzen. Lasst es mal einen fetten Like für unsere Action, Mann. Wir haben Wednesday. Wir haben Wednesday gefangen. Endlich ist es soweit, bei was wir. Schau, was wir. Und die Maske gehört dir. Das machen wir jetzt, Kevin und Flexi. Schaut euch das an. Wir haben Waynes Day und sie tanzt aber immer noch Flexi. Warum tanzt sie denn noch? Aber nicht mehr so gut wie früher, Mann. Der Tanz ist jetzt vorbei. Wednesday, willst du dein Händchen haben? Vielleicht willst du dein Händchen haben. Bitte dein Händchen, Wednesday. Soziale Medien sind für mich ein seelensaugender Holraum. Sie sagt, ja, Freunde, Mann. Kämme, kämme, kämme. Sie wird da eh nicht mehr wegkommen, weil sie am Stuhl gefesselt ist. Weißt du was, wir haben das Wenschen doch eingesperrt. Im Gefängnis. Das sollen wir sie ihr zeigen. Ja, komm, wir holen es, komm. Wir holen es. Da ist die Box mit dem eiskalt. Freunde, und das zeigen wir jetzt Wednesday Addams. Wednesday, bist du bereit? Guck mal, was wir hier haben. Was weißt du, was da drin ist? Guck mal, Flexi, mach auf. Soll ich aufmachen? Mach auf, Flexi. Ist sie dir sicher? Wednesday wird sehen. Schießt du das Wednesday? Schau mal. Dein Händchen. Aber jetzt nicht mehr. Weißt du was, Flexi, die Box bleibt bei uns. Weißt du was, wir haben jetzt die Händchen. Die Händchen kriegt sie nicht, Mann. Was für Händchen? Wir haben das Händchen und wir haben Wednesday. Wir haben beides. Zusammen mit euch. Wednesdays Maske abziehen. Ihr seht das, die hat eine Maske an. Guck die Welt nicht. Oh mein Gott, Leute, das ist ein Fett. Bleibt auf jeden Fall dran. Und schreibt jetzt alle noch mal Maske in die Kommentare. Und lasst es gleich los. Jetzt ist es soweit. Weißt du was, Flexi, wir stellen die Kamera hier auf ein Stativ. Jeder will es sehen, jeder muss es sehen. Sind wir alle drei hier auf dieser Aufwand. Ehrlich? Mein Privati. Okay, Flexi, man, die Kamera steht. Kann man uns gut erkennen, Freunde? Auf jeden Fall, Mann. Und hier ist Wednesday. Und jetzt kommt die Maske an. Wir sehen mit euch jetzt Wednesday Adams Maske ab. Seid ihr bereit? Ja. In drei, zwei, eins. AHHHHH! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.